Hallo und herzlich willkommen bei 4Elements. Ich möchte euch heute unsere Jemping vorstellen. Hier haben wir eine Jemping in der Höhe von 50 cm. Wir schauen immer, dass unsere Seile vorgestreckt sind, dass wir diese Jemping auf einem Stück Holz machen lassen. Ist das ganz richtig. Achte beim Kauf darauf. Auch das Fell ist nicht gemisch gebleibt. Das ist mir vorgelassen. Wir produzieren unsere Jemping nach den abgeteilten Vorgaben. Ich gebe mal ein Soundbeispiel. Der 50er finde ich fantastisch. Ich kann auch ein Erwachsener spielen. Diese Jemping. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir den Bass. Open. Flap. Und gehen wir raus. Die Jemping. hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Vielen Dank.